Es ist wohl beim FC Barcelona erste Zweifel am Trainer Xavi. Das zumindest berichtet jetzt ein spanisches Portal. Demnach soll es wohl einzelne Vorstandsmitglieder geben, die nicht glauben, dass Xavi der Richtige ist. Die einfach so ein bisschen an ihm zweifeln und sich vielleicht auch einen Trainerwechsel herbeisehen. Präsident Laporta, er hat statt jetzt zumindest noch keine Zweifel und solange das so bleibt, wird Xavi wohl im Amt sein. Zuletzt gab es ja auch immer mal Probleme mit Stürmer Robert Lewandowski. Da soll sich der Trainer und der Spieler nicht ganz so einig gewesen sein. Das zumindest wurde so berichtet und ich bin sehr gespannt, ob wir da vielleicht in den nächsten Wochen nochmal ein Update haben. Denn wenn es jetzt schon die ersten Zweifel am Trainer gibt, kann es natürlich sein, dass die Luft auch irgendwann für ihn dünner wird. Gerade wenn er sich mit so einem absoluten Leistungsträger wie Robert Lewandowski hier verkrachen sollte. Was sagt ihr zum Thema, eure Meinung wie immer? Gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin Leute. Ciao.